Hallo zusammen, Kai Matthias hier für Voice of CNC live von der Intec. Wir sind hier auf dem wunderschönen Stand von Niles Simmons-Hegenscheid und neben mir der Herr Löffler, der sich ein bisschen Zeit für uns genommen hat, denn wir wollen gerne über Innovation und zukunftsweisende Produkte sprechen und würde direkt die Frage an Sie richten, Herr Löffler, was haben Sie uns dieses Jahr auf die Intec mitgebracht? Was gibt es Neues bei Ihnen? Also wir sind ja ein relativ groß aufgestelltes diverses Unternehmen, was im Prinzip extrem viele Neuigkeiten hier auf der Messe vorstellen wird. Zum einen haben wir hier im Hintergrund eine Maschine, ein großes Bearbeitungszentrum N60MC, was gezeigt wird mit extrem vielen Neuerungen und zum anderen haben wir dann auf der anderen Seite hier unsere Wehma-Maschine, die eine Neuigkeiten in Bezug auf Linetten zeigen wird. Heißt, eine neue Schleifmaschine mit neuen Innovationen, vielleicht können wir direkt mal rüber gehen und mal einen kleinen Blick auf diese wunderschöne Maschine werfen und dann gehen wir nochmal auf ein paar Produktdetails an, wie das in Ordnung ist. Jetzt dürfen wir einen kleinen Blick in die Innovation und die neue Schleifmaschine von der NSH Group mal reinwerfen. Herr Löffler, was haben Sie uns mitgebracht, was können wir uns besonders vorstellen und was kann das für unsere Kunden tun? Ja, also, was wir hier haben, sehen Sie schon, der Name ist der S3A, das ist bestimmt die Größe der Maschine. Diese Schleifmaschine gibt es schon relativ lange am Markt. Die Neuigkeit hier an der Schleifmaschine sind die Lunetten. Da wird es in Zukunft ein Patent drauf geben und zwar ist die Besonderheit dort, dass diese Lunetten, die wir hier drin sehen, in X und in Y separat verstellt werden können mit dem Motor und das ermöglicht uns halt, dass wir noch genauer und noch effizienter die Werkstücke bearbeiten können. Heißt Präzision, aber vor allem auch Nachhaltigkeit und Effizienz in der Arbeit für die Kunden sind da nochmal vollkommen im Vordergrund, richtig? Also, wie wir sehen können, sehr viel Prozessoptimierung, was ich jetzt auch viel auf der Messe schon gehört habe, wenn wir jetzt über Herausforderungen auf dem Markt sprechen, ist das etwas, was die Kunden extrem hier nachfragen? Das ist teilweise doch, ja, was können wir hier nachfragen und was wir eben dann auch bieten können. Ja, sehr, sehr schön und ich glaube, wir werden noch sehr viel mehr von der ganzen Thematik sehen können und dürfen, aber bedanke mich jetzt schon mal ganz herzlich, dass wir einen kleinen Einblick hier gewinnen durften und wünsche ganz, ganz viel Erfolg auf der Intech und für die nächsten Jahre. Dankeschön. Dankeschön.